ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe mal gehört, dass die E-Sachen immer gar nicht so geil sein sollen Lass uns das nochmal machen, wenn wir aufnehmen, wie wir es denn damit Und ich würde sagen, das war ein Zahn, Alter Wir machen das mit draufbeißen Innen drin, oh Ich hasse es auch, ich sag ein Bär Wir machen folgendes, wenn ich einen Kill mache, muss Pallas essen, wenn ich einen Kill Wollen wir nicht irgendwie sagen, 12 Kills oder so, dann muss man da was essen Aber das ist, ich möchte ganz kurz sagen, das ist ein bisschen unfair Weil Revi ist wesentlich besser als ich Das muss ich ja mal wirklich, es gibt wenige Spiele, in denen du tatsächlich besser bist Fortnite ist auf jeden Fall eins davon Dementsprechend Ich habe die Spiele gesehen, Bro, du bist ein ESL-Profi, Alter Komm mal nochmal ein bisschen hier rüber Ja, du musst ja als ESL jetzt erstmal Darf ich dann bestimmen, wo du runtergehst? Ja, okay, hab ich schon mal gesetzt Bro, Tilted Towers ist meine Heimat, Alter Ist es wirklich deine Heimat? Ich liebe Tilted Towers Okay Das ist eine Herzliebe Ja, ja, ich habe da ein paar schöne Dinge erlebt Ich habe es gesehen, wo du beim Big Ben runtergefallen bist Das war gut Wo du im Center aufs Maul bekommen hast Aber es war lustig, es war lustig Dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal das Video von Palle und GLP angucken Und bitte missachtet hier mein kleines Schlabberöhrchen, was hier so raushängt Damit ich Palle hören kann Das ist nämlich ganz wichtig Weil der gibt mir nicht gleich wichtige Calls Ja, ja, ich mache wirklich die Calls Aber ich möchte ja eigentlich Boah, Alter, guck mal Sieht echt geil aus, ne? Das ist ja, da hat aber gestern jemand ein Chili con Carne gegessen Junge, 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 da brennt auf jeden Fall einiges, Digga Da brennt einiges Und wenn du ohne Kill stirbst, dann musst du einen essen Scheiße, Alter Da geht er nach oben an den Damen und Herren Hörst du die Snaps? Ich rede einfach mal ein bisschen Oh, nein, nicht Kommt schon, Junge Jetzt gib ihm doch Nein Wollen wir das so machen, dass man die dann alle ins Mull gibt Nach der Runde Oh Gott, da kommt jemand Nein Nein Oh mein Gott, dieser Abstauber, Alter Boah Draufbeißen? Nein, möchte ich nicht Beiß mal drauf Beiß mal schön drauf Beiß mal richtig drauf Das schmeckt echt scheiße Das ist mal ganz, ey Leckt Man kann, ich hasse auch diesen sauren Kram einfach nur Ja, okay, super, dann bist du dann, Palle Wo soll ich hingehen? Tilted Towers Ja, das wird so traurig Meinst du? Ja, ja, es wird traurig Eigentlich wirst du aber hinbekommen Ganz ehrlich, wenn der mich jetzt gerade nicht noch abgestaubt hätte, dann wäre schon Der abgestaubt Der Palle, ich war 30, ich war 30, Alter Der hatte ich einfach fresh gemacht, bis zum Gehen nicht mehr Boah, dann bist du aber schon ziemlich, ziemlich niedrig, ne? Nein, 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 ich geh Spaghetti, ich geh da vorne runter Aber da kommst du ja gar nicht hin, Alter, wenn du so fliehst Doch, natürlich 12 Sekunden später Scheiße, Spaghetti ist ja mega, weil ich komme nicht zu Spaghetti Ja, ja, richtig, ne? Das ist ja genau das, was ich gerade sagen wollte Da rechts, da rechts, 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 da ist er eine Schrotflinte, glaube ich Na ja, okay, abbauen Da ist er Oh Gott Schießen Mann Palle Ja, ich versuche ihn doch Palle Palle, nein Ich hab ihn, Alter, Schwede Scheiße, Alter Alter, ist das, das ist schon ein bisschen Also ich möchte ganz kurz erwähnen Ich weiß, ich bin nicht der Beste, aber es ist nochmal was anderes Bei einem anderen Setup mitzuspielen Ah stimmt, ich habe ja einen Kill Ja, gönn dir, Alter Warte mal Okay, ich hab ihn kaputt Ich hab keine Ahnung Oh, ich hab was gesehen Irgendwas kann da gerade in meine Fresse Wo hast du X und Das war wieder ein Zahn, Alter Schmeckt Boah, das wird danach noch ekliger Das ist so ungewohnt Alter, gar nicht lecker Ist es nicht lecker? Nee Boah, dieses Zeug ist immer noch in meinem Mund Das raut so den Mundraum auf Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, der ist einfach reingegangen Lass mich in Ruhe Wenn du mich abschließt, ich schwöre dir Jetzt ist alles safe Jetzt ist alles safe Ich gehe rein Oh, eine Falle, Alter Bats Oh, jetzt warte ich hier den ganzen Tag Nein, nein, nein Nein, nein, nein Wenn du damit jetzt noch ein Kill machst Dann ist es vorbei, Alter Dann ist Leben Ich spring einfach runter Und Boah, das war ein guter Hit Oh, nein Der baut schon Es ist Ninja Es ist Ninja Es ist Ninja Es war nicht Ninja Aber es war seine Schwester Seine Schwester Finzak Finzak, Alter Finzak, Ninja-Schwester Okay, versuche ich das nochmal, ne? Ja, ja, gönn dir Es hat super gut funktioniert Wir sollen das vielleicht mal machen Mit meinem Setup Das bringe ich morgen ins Ufo Bro, weißt du, also du kannst dich jetzt da nicht rausreden mit Setup, Metup, Hin und Her Ja, genau, weißt du, du bist immer der, der sagt dem, oh, die Maus ist still, meine Tastatur Und dann sind es meine eigenen Sachen Ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht der beste Vorneitsspieler bin Also, Bruder, nein, alles gut, alles gut So, wo soll ich hin? Äh, du bist natürlich wieder tiltet Und dann hier geht's Pleasant Park Da könntest du ein paar, da könntest du ein paar machen Oh, da guckt ihr den einen Willi an, Alter Der rechts von dir, ne? Ja, der ist todesmutig Oh Ja, das schafft doch nicht schnell Und dann Oh Gott, der ist so tot Wo sind die blöden Bonbons? Ah, greif mir doch nicht her Das war Manipulation Das war Manipulation Du hast mir gerade genau reingegriffen, als der Gegner kam Das war Manipulation, Paluten Das war keine Manipulation Das war sowas von manipulativ Das werde ich nicht akzeptieren Ich habe die Bonbons genommen Du warst genau gerade, als ich da Also, Palle, das ist ja wohl das Manipulat Da jetzt Das ist ein Manipulativ So, jetzt versuchen wir das normale, mein Freund Ich zeig dir gleich mal, wie ich sechs, sieben Kills hintereinander mache Das war jetzt Nein Die Hände des Bösen waren im Spiel Das war keine Hände des Bösen Ach, sowas von hier Nimm dir die Maus und sagst, mein Gott Ist echt eklig, ne? Das schmeckt überhaupt nicht Ist auch so ein ekelhaftes Sauer Ja Dieses Beißen, was in dem Mundraum wirklich aufraut Weißt du, was ich meine? Ja, Mama schmilztet, ne? Ja, ich mach schmilztet, Alter Gehst du Spaghetti-Haus? Ich mach Spaghetti-Haus Ich hab mir einfach so festgelegt Und wie heißt Big Ben? Spargel Spargel Erstens, ich glaub, als erstes war es Spaghetti-2 Aber, ähm, ja Ich würde rausspringen Ne, ne, ne Leckos mio Das geht in die Hose Ich geh einfach da unten rein, Alter Wenn jetzt hier jemand zugemacht hat, bin ich am Arsch Nö, what? Über dir? Also stimmt, ich hör ja nicht mal was Ich sag dir an Über dir Über dir noch eine Etage Über dir Da ist die Kiste da oben Da links ist ne Eier, ne blaue Ach, wo braucht der Eier? Alter Ich komm jetzt hier Da kommt einer hoch? Ja, warte, ich tusch jetzt an Dann kommt der 360 Okay Ich roll hier hinaus Ich roll hier hinaus Er kassiert Jetzt geht's los! LOL LOL No way No way, Alter Kein Problem Da kommt noch einer Über dir Halt dich hochgebaut Ich glaub, ich krieg davon einen Schlaganfall Ne, ne, kriegst du nicht Oh, hol ihn dir Oh, Legende Hab ihn Ich hasse dich Oh, das schmeckt, ne? Das schmeckt Hallo Ich muss noch draufbeißen Oh Gott Wo ist der? Achter Oh, da oben Komm schon Warte Ja, komm dir Genieß es Du musst es genießen Boah, Alter Das sind zwei Also Leute, ganz ehrlich Diese Dinger sind echt Also wir stellen uns vielleicht auch ein bisschen an Aber sie sind Das Problem ist aber auch Ich mag einfach nicht sauber Ich auch nicht Ich finde, die sind deutlich Also ich finde, man kann es vergleichen mit Center Shock Nur zweimal so schlimm Oh, jetzt muss Revi natürlich aufpassen Jetzt muss er die Steps hören Aber es wäre blöd, wenn jemand die ganze Zeit reden würde, ne, Revi? Oh Gott, unter mir Oh Oh, da war jemand Sehr viel Glück Was leckt hier so? Hallo? Hallo? Hast du gerade gesehen? Ja Mach ihn, komm, Junge Nein Komm, lass mich das bitte noch einmal versuchen Lass mich noch einmal versuchen Och Mann, Alter Also wenn du damit jetzt nicht mindestens 12 Kills machst Mit dem Setup Wie viele Kills muss ich machen? Ja, mindestens zwei Ich werde die am Ende dieser Runde alle auf einmal essen, okay? Egal, was passiert Ja, ja Wenn du jetzt acht Kills machst Esse ich halt acht von den blöden Bonbons auf einmal Diesen Satz wird er noch bereuen Wenn ich wirklich Komm, Ska Komm, Ska Keine Ska Oh, blauer, ja, hier haben wir einen Den kriegst du Mach ihn, Fischer, mach ihn Er kann nix Er kann nix Ich aber auch nicht Ja, komm, du hast dich schon gut gehittet Der muss jetzt Geh down Nee, warte, was ist eigentlich das? Er ist runtergefallen Das ist der erste Ich hab gepupst, Palle Ich bin ganz schön nervös Boah, du hast wirklich gesche... Boah, Rebi, Mann Was soll ich machen, Alter? So ein leisen So ein Zischer Das sind die schlimmsten, wa? Ja, Mann Ja, ja, wir erinnern uns Als ob... Wieso verreckt Dieser Horensohn denn ich? Wie kann er denn so viel fressen, Alter? Wie geht denn das? Rebi, das war die Rache für den Pupf Ich ess jetzt noch mal... Ich ess jetzt noch mal genüsslichst So einen leckeren, roten Scheiße, Alter Das war's Lass einen Daumen nach oben da Genau, lass eine kleine Bewegung da Scheiße, Alter Mach deinen Appel Auf Wiedersehen F*** euch, tschüss Schaut bei Paluten vorbei